Guten Abend, liebe Zuschauerinnen. Guten Abend, lieber Zuschauer. Willkommen bei der 279. Sendung. Das Forum ist denn nicht dabei? Es borgt die Übersicht. Erstens habe ich euch ein paar Bilder mitgemacht vom Protestgrillen, beanstaltet von der Bürgerinitiative Stadtring Süd und Mediaspräch versinken vor dem Landesparteitag am 17.05. Und zwei Interviews habe ich auch noch geführt. Und als nächstes sehen wir... Als zweiten Beitrag war ich im Korb bei Heiner und er hat mir wieder was vom 9.11. mitgegeben. Und als solltest... Ich habe ein Interview gemacht mit Jürgen Elsässer zum Thema Finanzkrise. Und zum Schluss... Anarchie im 21. Jahrhundert von Gabriel Kuh. Das war dann die Übersicht.